Du bist Führungskraft und möchtest, dass dein Team dir vertraut. Dann gibt es viele Dinge, die du tun kannst. Viele Führungskräfte reißen dir doch mit ihrem Hintern wieder ein, was sie mit ihren Händen mühsam aufgebaut haben, weil sie sieben katastrophale Fehler machen, die das Vertrauen zerstören. Du wirst das Vertrauen deines Teams allein schon dadurch erheblich steigern, wenn du diese Fehler nicht machst. Also schauen wir uns einmal die sieben Fehler an, mit denen Führungskräfte das Vertrauen ihrer Mitarbeiter zerstören, sodass du diese vermeiden kannst. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Auf diesem Kanal geht es zu 100% um alle Themen, die mit Mitarbeiterführung zu tun haben. Dieses Video ist Teil einer Serie zum Thema Vertrauen im Berufsalltag und in der Führung. Fehler Nummer 1, mit dem Führungskräfte das Vertrauen ihrer Mitarbeiter zerstören, Unberechenbarkeit. Heute so, morgen so. Ja, natürlich ist es gut und wichtig, als Führungskraft flexibel zu sein, agil zu agieren, auf Veränderungen zu reagieren. Aber wenn wir launisch sind, inkonsequent, ständig die Meinung wechseln, ohne klaren Grund, dann ist das eine Katastrophe für das Vertrauen. Denn welcher deiner Aussagen kann dein Team denn dann vertrauen? Wir brauchen Klarheit in Entscheidungen und dann auch Durchhaltevermögen und Konsequenzen der Umsetzung. Bei Änderungen, die immer auftreten können, solltest du erläutern, wie es dazu kam und warum jetzt etwas geändert wird. Fehler Nummer 2, mit dem Führungskräfte das Vertrauen ihrer Mitarbeiter zerstören, nur auf den eigenen Nutzen konzentrieren, aber den Zusammenhalt aller einfordern. Die Typen, die verlangen, dass wir alle zusammenarbeiten, die vielleicht sogar sagen, wir sind ein Team und dann aber selber alles tun, was nur für sie selber hilfreich, was sie selber im Glanzlicht erscheinen lässt und denen das Team eigentlich egal ist. Stehe zu deinen Leuten. Mach auch mal Kompromisse, bei denen du dann vielleicht drauf zahlst, wenn es dem Team hilft. Das steigert das Vertrauen in dich. Und der dritte Fehler klingt sich genau hier mit ein, nämlich Fehler, anderen in die Schuhe schieben. Ob es jetzt eigene Fehler sind oder die im Team, es sind immer die anderen schulden, nie ich. Was ist die Konsequenz daraus? Erstens, es wird nicht über Fehler geredet. Man will ja nicht derjenige sein, der dann an den Pranger gestellt wird. Es wird auch nichts gewagt. Warum sollte man was ausprobieren, wenn man dann, wenn Fehler auftreten, die vielleicht auch mit Dingen zu tun haben, die die Führungskraft gesagt hat, wenn einem daraus dann ein Strick gedreht wird? Alle warten natürlich dann auf deine Entscheidungen, denn man will ja keine Fehler machen, für die man dann eine Watschen kriegt. Und du denkst dir vielleicht, weil alle Entscheidungen von dir getroffen werden müssen, was habe ich eigentlich für Waschlappen als Mitarbeiter, die trauen sich gar nichts. Der Punkt ist, du bist der Grund dafür. Also da du das Video anschaust, glaube ich nicht, dass du so agierst, aber ich glaube, du verstehst es. Fehler gehören dazu. Eine exzellente Führungskraft macht eine gute Risikoanalyse mit dem Team, trifft deine Entscheidung und steht dazu, wenn Fehler auftreten. Fehler werden dann aktiv aufgedeckt analysiert und daraus Lehren gezogen. Beispielsweise mit einem After-Action-Review. Dazu habe ich dir hier ein Video verlinkt. Wenn das Video dir bislang gefällt und es kein Fehler ist, es weiter anzuschauen, dann drück doch jetzt auf den Daumen nach oben Knopf. Fehler Nummer vier, mit dem Führungskräfte das Vertrauen der Mitarbeiter zerstören, sich mit fremden Fehlern schmücken und Teamerfolge für sich vereinnahmen. Naja, die Typen, die im besten Fall gar nichts machen, aber in dem Moment, wo es klappt, sagen, Tja, das hat ja nur funktioniert wegen mir. Ohne mich hätte es alles nie geklappt, obwohl sie gar nichts damit zu tun hatten oder minimalen Punkt erledigt haben. Und diese Leute, die schieben dann meistens auch die Fehler, die eintreten, auf andere, aber alle Erfolge werden dann durch sie verursacht. Die Frage ist, warum sollte jemand sich für dich richtig reinhängen? Vielleicht machen sie es aus Berechnung, um im Zuge, im Fahrwasser von dir irgendwie weiterzukommen, aber vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht dadurch nicht. Ehre wem Ehre gebührt. Stelle die Mitarbeiter und das Team in den Vordergrund. Und wenn du denkst, naja, aber dann komme ich doch als Führungskraft irgendwie ein bisschen schlechter dabei raus. Nein, denn das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dem Team zeigst und dem Team hilfst, dass das Team zeigt, was es erreicht hat, dann nehmen andere natürlich auch wahr, wer denn da mit dahinter steht und wer eben die Führungskraft ist, die dafür sorgt, dass das Team erfolgreich ist. Und für solche Führungskräfte möchten andere auch arbeiten. Und solchen Führungskräften geben auch die übergeordneten Managementfunktionen lieber die Verantwortung. Fehler Nummer 5. Wasser predigen, Wein trinken. Das ist auch so eine schöne Geschichte, bei der wir uns selber deutlich mehr rausnehmen, als wir dann nach außen hinzugestehen. Wir haben eine offene Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Wenn ein Unternehmen 5 Jahre lang ein Kostensparprogramm nach dem anderen mitmacht und sich der Vorstand dann jedes Jahr eine neue S-Klasse bestellt, ja, das passt nicht so richtig zusammen. Man kann es vielleicht nachvollziehen, aber Vertrauen erzeugt das nicht. Oder wenn wir Pünktlichkeit fordern und sagen, so, jeder, der zu spät ins Meeting kommt, zahlt 10 Euro in die Zu-spät-Komm-Kasse. Selber kommt man aber immer zu spät, hat dann immer eine Ausrede, warum man dann auch keine 10 Euro in die Kasse zahlt. Ja, so nicht. Klar fährt der Vorstand eines DAX-Konzernens keinen Polo, auch wenn er permanent irgendwelche Sparprogramme durchführt. Aber eine offensichtliche Widersprüche im Sagen und Handeln zerstören das Vertrauen. Deswegen empfehle ich dir, handele passend zur Situation und mach auch mal Kompromisse, damit man eben sieht, dass du auch, wenn wir jetzt bei Einsparprogrammen sind, auch dort mit zurücksteckst. Fehler Nummer 6, falsche Versprechungen machen. Relativ einfach, oder? Also, wenn wir Versprechungen machen und dann verändert sich die Situation oder der Markt oder der Wettbewerb, dann kann das passieren und wir müssen uns anpassen. Aber deswegen sollten wir nichts versprechen, was wir nicht halten können. Besonders fatal ist es, wenn solche Versprechungen in Change-Prozessen gemacht werden. Und da passiert es besonders oft. Bei einem Kunden habe ich es beispielsweise mal erlebt, dass der Vorstand sagte, so, das ist die letzte Änderung, in drei Monaten sind wir durch, dann geht es aufwärts. Und das geht jetzt seit 24 Monaten so. Keiner glaubt ihm mehr irgendetwas. Wenn du übrigens in Change-Prozessen involviert bist, schau dir mal dieses Training an. Mache keine Versprechungen, wenn du nicht sicher sein kannst, dass du die auch erfüllen kannst. Du kannst einen Ausblick geben. Du kannst Randbedingungen nennen, unter denen dann bestimmte Ausblicke auch eintreten werden. Aber wenn du mehr als zweimal etwas versprichst und dann nicht hältst, dann vertraut man deinen Aussagen nicht mehr. Und das wird auch noch so sein fünf Jahre später. Fehler Nummer sieben, mit dem Führungskräfte das Vertrauen ihrer Mitarbeiter zerstören, Zusagen nicht einhalten. Wir waren gerade bei Versprechen, aber es gibt auch Führungskräfte, die schon bei Kleinigkeiten unzuverlässig sind, die beispielsweise die Zusage machen und sagen, okay, ab sofort machen wir regelmäßig Meetings und dann sagen sie diese Meetings hintereinander dreimal wortlos einfach ab. Welche Aussage sollen sie jetzt vertrauen? Weißt du, Zusagen hinsichtlich Dingen, die du selbst beeinflussen kannst, wo es um dein Verhalten geht, um die Dinge, die du tun kannst, die musst du schon auch einhalten. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das versuche ich ja, aber es geht immer wieder schief. Dann finde bitte heraus, in welchen Bereichen oder Themen du Zusagen machst, die du nicht hältst. Vielleicht bist du immer überambitioniert oder zu schlecht organisiert. Löse diese Ursache der Unzuverlässigkeit. Und du steigerst dann das Vertrauen in deine Aussagen und in dich. Du siehst, Vertrauen wird meist nicht durch eine große, fatale Aktion zerstört. Passiert natürlich auch, aber meistens wird das Vertrauen durch viele Kleinigkeiten zerstört. Meine Zusage an dich. Auf diesem Kanal gibt es regelmäßig neue Videos. Also abonnier doch bitte den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und seh dir gleich die beiden weiteren Videos zu den Themen Vertrauen im Unternehmen und in der Führung an, die ich für dich rausgesucht habe. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent.